Oh wow, es geht schon los. Hey und herzlich willkommen, wir gehen neben Wind. Unerwartet jetzt gerade. Bist du auch in der, die schon losgeht? Nee. Oh wow, wir sind unterschiedlich hier reingekommen. Nee. Meine ist bei 28,54. Ich hab mir gerade noch zurückzugewiesen. Was hast du? Ich habe mir noch zurückzugewiesen gehabt. Okay, denn meine Lieben. Okay, du bist auch hier, du bist auch hier. Hey, du hast mich gerade bewegt, du kleiner Painter. Wenn ihr Nevi Wind gehen müsst, bei Lookbook, könnt ihr das daher wissen, Nevi Wind müsst ihr für Lookbook gehen und ein Item kaufen, wenn Nevi Wind da ist. Egal zu welchem Zeitpunkt ihr in Nevi Wind reingeht, ihr müsst das Item kaufen. Ihr könnt entweder bei 100 oder bei 350 oder was auch immer ihr lustig seid, euch ein Item dann kaufen. Ganz wichtig ist, denkt daran. Weil wenn es einmal durch ist, ist es durch. Falls ihr gekickt werdet, ist das eins der besten Sachen, die euch passieren kann. Zumindest wenn ihr verliert. Denn wer gekickt wird, bekommt sein Entry zurück. Und das bedeutet, ihr könnt nochmal reingehen. Ihr bekommt mich hier auch nicht nur, ähm, das Item für Lookbook. Nein, ihr könnt auch noch ganz, ganz tolle Etium-Stückchen kriegen. Hier vorne rein zu pushen ist immer gefährlich, denn all die, die hier runterspringen, ähm, haben den Vorteil, dass sie wieder den Starter-Buff haben. Das bedeutet, eine Minute lang nicht angreifbar. Ich bin an erster Front, das ist doof. Ich habe noch nicht mal einen Query tot. Okay. Teilweise Dots gehen durch, aber naja. Ja, aber nicht wirklich. Das heißt, jeder, der jetzt von da oben wieder runterspringt, ist wieder sehr stark. Wir haben 100 Punkte. Ich gehe mir das Item kaufen und dann erst wieder hinlaufen. Bietet sich gerade bei mir an. Ansonsten, was ich meistens mache, ist, wenn wir hinten den Battle Commander getötet haben, dann erneut, ähm, runterspringen. So als kleinen Hinweis, hier vorne den Affen zu machen, bringt euch nichts, außer einen Buff. Es bringt keine Punkte. Also lasst den Affen einfach liegen. Ähm. Schade, dass wir so eindeutig gewinnen. Es ist irgendwie immer spannender, wenn man nicht eindeutig gewinnt. Habe ich schon gesagt, an welchen Tagen die Instanz überhaupt offen ist? Mittwoch, Donnerstag, Nein, nicht Donnerstag. Äh, Mittwoch, Samstag, Sonntag. Mein Gott. Ja, Mittwoch, Samstag, Sonntag. Am Samstag ist aber auch Schachtfeldfunker Mauer offen, ne, damit ihr das wisst. Ab 12 Uhr aber erst. Ja, und das hier ist ab 11, ne, meine ich. Ja. Wobei, am Mittwoch mit 11 Uhr, also, hm, ich meine, deshalb war es am meisten sehr noch nicht da. So, jetzt ist hier wichtig, äh, dass wir den 2000-Punkte-Mob machen. Jetzt Woche, äh, Allianzen sind, das heißt, ab der 4. Allianz, äh, kann man im Nord-, in der nördlichen, nördlichen Höhle und in der südlichen Höhle, ähm, auch noch das machen. Ich finde es gerade ein bisschen ungeil, wie wenig Asmus wir hier sind. Dann gibt es 33, äh, eigentlich schon längst gewonnen hatte. Weil es dann die Leute gibt, die nur das Item kaufen und dann AFK gehen und niemals wiederkommen. Und ihr merkt, wir werden hier wieder rausgepusht. Na? Jetzt müssen wir uns hier zurückziehen. Ich muss wieder PvP anziehen und hier rausgehen. Denn, wir werden hier gepusht und zwar richtig hardcore. Na? Und wenn so etwas ist, muss man auch weichen. Grund ist dafür, ich sehe jetzt schon, wow, da sind einige gerade in der Base. Das macht man halt eigentlich echt erst, wenn man den Boss getötet hat oder halt, wenn man gestorben ist. Ja, ich hätte auch gerne einen Cleriker, um ehrlich zu sein. Äh, irgendeinen Mob brauche ich jetzt mal eben kurz. Meine Gruppe sind zwei Cleris. Ja, ich weiß. Aber die, die unglaublich vielen Leads, die es gibt in Gruppe 1, schieben alle nicht. Der eine ist sogar AFK, er hier, garantiert. Der hat keine Rolle, kein gar nichts drinne. Und das spricht dafür, dass er AFK ist. Äh, ich gehe jetzt hier zu Mahot und zu Dragon. Meinst du das Allilith? Ja. Er ist hinten in der Ecke, der Bader. Und der Painter? Also du meinst, sie sind allesamt AFK? Ah, jetzt haben wir genug Leute, dass die Fäden da sind. Okay, jetzt heißt, jetzt ist Nord- und Süd-Cave da und zusätzliche Punkte, die man haben kann. Wenn man beide hat, hat man dann insgesamt 55 Punkte pro Tick. Der Painter ist auch der Ur-Team. Der Mamekai, oder Mamekai, ist hier bei mir. Hm? Die zwei sind halt AFK. Finde ich, geht gar nicht. Sorry, aber wenn ihr AFK seid, könnt ihr es den anderen halt richtig gut versauen. Ich sag nichts, wenn ihr halt aktiv am richtig krassen Verlieren seid, dann, okay, könnt ihr AFK gehen. Na, wir sind ja eindeutig am Gewinn. Ja, aber weil so viele AFK sind und wir deswegen ausweichen müssen zu den Bossen, schaffen wir es nicht, den Leader zu machen, was jetzt auch 2000 Punkte gewesen wäre, wodurch es auch viel schneller gegangen wäre. Ihr habt jetzt gesehen, wir haben Doppelpunkte bekommen, sowohl bei ihm, als auch eben bei Dragon. Ne, Dragon gab diesmal keine Doppelpunkte. Das Doppelpunkte soll verpackt sein. Das Einfachpunkte, also ihr kriegt mehr Punkte, wenn ihr alle Standpunkte besitzt. Das ist enorm wichtig. Und jetzt müssen wir den Grund nach warten. 5000 Differenz bedeutet win. Ich gehe mal kurz zur Flag. Ach, warte, nein, ich gehe da vorne hin, weil da jemand gegen gedreht hat. Und das ist uncool. Und wirklich die beiden, die hier den Affen höchstwahrscheinlich machen, haben keine Ahnung. Der Affe bringt euch gar nichts. 25k-Schild oder so war es doch, glaube ich. Ja, aber das ist total unnötig. Die Zeit, die du dort drauf verplemperst. Ja, es ist halt, wir haben 100k TP. Theoretisch, wenn ich mir endlich gebuff werden würde. Wir müssten es halt auch mal überarbeiten. Ja, hier sind viele, viele Buffs noch sehr alt. Die Punkte, alles okay, super. Aber der Buff ist halt wirklich lächertig. Ja, jetzt haben sie den Affen getötet, super. Nee. Nicht? Ich dachte, ach nee, er ist jetzt gespawnt erst. Das heißt, sie standen da die ganze Zeit auf Karumma, um auf den Affen zu warten. Geil. Sinnvoll die Zeit eingesetzt. Weißt du, bis die den Affen down haben, ist die Dread schon zu Ende. Weil mich trägt gleich Norden. Ach, ich laufe auch gerade zu Norden. Und hinter uns ist noch mal jemand, der hier ist. Der hat es echt noch geschafft, durchzudrücken. It's half. Toll. Hat doch eigentlich schon angegriffen gehabt. Aber der hat nicht wirklich Gier, der Painter. Weißt du, all die, die hier gerade auf dem Weg drin sind, haben verstanden, okay, wir brauchen noch ein paar Punkte und zwar nicht viele. Und die den Affen gemacht haben, haben nicht verstanden, was wir machen müssen. So, gedreht. Denn, der Affe gibt uns keine Punkte. Und 55. Ja, jetzt haben wir 55 als Tick und nicht mehr nur, ich glaube es waren irgendwie 35. 35. 20, 35, 55. Jo, und das, das lohnt sich schon. Und jener Umblick ist zu Ende. Also, dass die jetzt noch den Lieder versuchen, macht halt gar keinen Sinn. Ja, 25 Karschelt. Sollten sie echt die bearbeiten. Das ist echterlich schwach. Mit 58 war es noch gut, aber jetzt nicht mehr. Ja. Wieso hast du es bekommen und ich nicht? Ja, weil ich gut bin, du nicht. Puh. Naja, wir haben jetzt 6 Ulti-Ethium bekommen, insgesamt 12 Legendary-Ethium und die Support-Kisten. Also, es lohnt schon, ne, wie Wind zu laufen, auf jeden Fall. Und Kubus, vergiss nicht Kubus. Und Kubus, okay. Wenn man es nicht voll hat. Hm. Ich wünsche euch ganz, viel Spaß dabei, selber zu laufen und würde sagen, bis denn. .